So, da ist Spiele im Trend, ich glaube es ist Zeit für, na für was für eine neue Folge, Let's Play Shakes and Fidget mit Turmetagen auf allen Servern, mit ein paar Dungeonversuchen, mit, ja das reicht ja erstmal, denn das ist genug, drei Server, S14, bin ich im Level gestiegen, das geniale ist, jetzt eigentlich, ich wollte heute gar kein Video mehr machen, aber jetzt so spontan, irgendwie habe ich mir gedacht, es ist wieder soweit, es kann wieder einiges umfallen, ich habe nämlich die Stadtwache schon drin und zwar schon fast zwei Stunden, das hätte ich ungern nur abgebrochen, aber, oh oh oh, jawohl, normalerweise wäre hier jetzt gestanden irgendwie, du kannst nicht in den Dungeon, während du Stadtwache machst und ich kann auch ins Klo, jetzt nur durch den Spiegel, den man nochmal ab Level 50 finden kann, ab Level 50, müsste es gewesen sein, ja, Level 50, ja, es gibt jetzt schon so viele Sachen, immer die Dungeon Schlüssel, dann das Klo ab Level 100, dann das Sammelalbum ab Level 10 und kommt man manchmal schon ein bisschen durcheinander, genau, ich kann jetzt auch im Dungeon was machen und im Turm, während ich die Stadtwache habe, bin im Level gestiegen, das heißt, ich kann jetzt alle meine Begleiter upgraden, 8070 Intelligenz, ein Level up und, jawohl, 8081 und das Geniale ist ja, da wird alles geskillt mit einem Punkt nur, mit einem Level up kostet eine Million, das ist es mir wert, 3719, die Nebenattribute, jawohl, das geht rauf, weiß nicht, ob das jetzt was ausgemacht hat, ich habe mich auch ein bisschen geskillt, ich weiß jetzt gar nicht so, worauf ich am stärksten schauen soll, ich habe auch die Stärke viel geskillt, eben wegen Dungeon Gegnern auch, jo, S20 auch ein bisschen geskillt, aber da bin ich hauptsächlich auch am Gold, ja, da habe ich auch die Stadtwache, das heißt, da war das Gold wichtig, S20, ich fange einfach mal an mit so ein paar News, mit Gilden News, wir haben in den letzten Tagen so viele Raids geschafft, es ist gigantisch, es ist gigantisch, wir haben jetzt 40 Raids und sind damit der zweiten Gilde, ich finde dieses Projekt noch immer so genial, Magic Dreams von Dreamscape, eine nur Magier-Gilde, haben jetzt 31 Raids, haben also 9 Raids Vorsprung, wir sind 18% Erfahrung und Gold, da kann man ordentlich was machen, denke ich, hier dann 11 Raids zu Rang 3 und 13 Raids zu Rang 4, ich habe sowas schon länger nicht mehr erlebt, so einen krassen Vorsprung, weil jetzt, wenn man irgendwie so ein gewisses Level erreicht hat, gehen die Raids dann Schlag auf Schlag bis zu Rate 45 fast, jo, das sind so die News, ich kann auch im Sammelalbum, weil ich habe ein paar Raids leider nicht zeigen können, ich finde die Bildchen einfach genial, deshalb muss ich die jetzt mal herzeigen und das sind auch ab jetzt, alle Raids sehe ich zum ersten Mal, so weit war ich sonst in einer Gilde noch nie, es macht echt hammermäßig Spaß im Goldbunker auf S20 momentan, also fangen wir einfach von ganz vorne hier an, Klabautakan, Quietschgelber Tod, die sieht man recht häufig, unsichtbare Bedrohung, ja, witzige Idee, war nicht viel zum Zeichnen, super Assassin und jetzt wird es dann schön langsam interessant, hier sind wir auf S14 in etwa momentan, jo, die haben wir auch schon gesehen, genau, und da waren wir dann, dann sind die Oga-Brüder, die sind glaube ich sogar manchmal ein bisschen im Durcheinander, den haben wir besiegt, dann den Pingpong haben wir besiegt, Schniever habe ich auch im Let's Play gezeigt, aber alle gingen sich leider nicht aus, jo, da haben wir einiges weggerockt, After Darkor war noch dabei, der Werwolf und Krokokopter war glaube ich auch ein neuer und jetzt habe ich schon 99% Erfahrungsbonus im Sammelalbum, weil das ja aufgerundet wird, das heißt, fast schon das meiste, was geht, jetzt fehlen nur noch die Raids und die Dungeons und zwei Epics von einem Krieger, aber es gibt so wenige Krieger, das ist einfach der Hammer. Okay, das war jetzt mal genug der einleitenden Worte, jetzt habe ich geskillt, die Begleiter und mach einfach direkt weiter hier, mit dem, du solltest Platz schaffen, ja, ich habe jetzt immer die Sachen aufgehoben, weil fürs Klo und hier so die Epics, ich weiß nicht, ich will das nicht so immer direkt wegschmeißen, ja, Turm betreten, schauen wir mal, genau, ich bin auf noch was, ich probiere einfach ein paar Versuche und dann habe ich noch einen genialen Trick herausgefunden, den vielleicht die meisten als selbstverständlich sehen, sicher nicht jeder, ein paar Leuten kann ich da sicher noch was Nettes zeigen, so, Stärkegegner, da ist der Erste der Wichtigste und dann genau die Kunigunde, geil, komm, erster Versuch, erster Versuch, erster Versuch, erster Versuch, erster Versuch, erster Versuch, oh, da mache ich ziemlich wenig, bin das gar nicht mehr gewöhnt, jetzt habe ich schon vor fünf Tagen in etwa, war ich nicht mehr im Turm, bitte überlebe ihn, jetzt, schade, aber das sieht schon, uh, das sieht schon sehr knusprig aus, das gefällt mir schon sehr gut, ja, 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 jetzt die Kunigunde, uh, im Vergleich zum letzten Versuch, boah, was war denn das gleich ganz am Anfang, Räuber-Hopsen-Klops, ich habe auch in der Ehrenhalle jetzt geschaut, so, was die Leute für Schmuck-Epics tragen, weil ja jetzt, je höher man kommt, die ganz krassen Gegner, da kann man ja für den Hauptcharakter sogar die alle Attribute-Sachen anziehen und das ist besser als Dreier-Epics teilweise, weil die einfach vom Level so viel höher sind, weil das Level der Epics richtet sich immer nach den Turm-Gegnern und nicht nach mir selbst, jo, und da, äh, 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 eigene Epics droppen ja nicht, die kann man nicht ausrüsten, aber in alle Attribute-Epics, das gibt es für jede Klasse, also könnte ich das auch nehmen, wenn da jetzt eins kommt, würde ich mich, oh, what the hell, würde ich mich freuen, ich skill nochmal, da macht jetzt wirklich jeder Punkt was aus, Stärke, alles auf Stärke, zwei Punkte Stärke verringern, einen Punkt Stärke vom Gegner, nochmal kurz zur Erinnerung, das ist auch nicht so schlecht, dann, oh, yes, man könnte jetzt meinen, das war nur durch die paar Skill-Punkte, aber ich weiß gar nicht, oh, komm schon, ein Kundi und alle Attribute, das ist mal, ach Gott, okay, es ist eine Verbesserung jetzt in dem speziellen Fall für sie, aber, oh, schon schlecht, schon irgendwie, hätte besser sein können. So, jetzt kommt mein Geheimtrick, und zwar habe ich ja zum Beispiel beim Magier ein paar Epics angezogen, die, wie soll ich sagen, ja, die von mir sind, die nicht aus dem Turm sind, ich glaube, das war zum Beispiel auch der Ring, hier müsste irgendwas gemäßend sein, da die Voodoo-Puppe, ich riskiere es jetzt, ich glaube, es ist so richtig, wie ich mir das gerade denke, und Schmuck wandelt sich nicht um, wie ich fälschlicherweise gedacht habe, das heißt, wenn ich das reinhaue, kommt das 1 zu 1 so zurück, das heißt, ich kann das Item jetzt, oh, jetzt weiß ich nicht, ob ich heute schon was ins Klo fürs Mana gehaut habe, das erste Item, was man ins Klo haut, zählt nämlich fürs Mana, ich kann jetzt dieses Epic da noch reinhauen, aber behalte es, es wandelt sich ja nicht um und ich bekomme dasselbe Epic wieder zurück, aber habe 50 Mana, das heißt, die Epics, die man von sich selber für den Begleiter aufgehoben hat, vielleicht von irgendwelchen Epic Events oder so, die kann man da alle ausrüsten und dann alle jeden Tag ins Klo hauen, ich habe jetzt auf S14 leider schon was reingehauen, aber das kann ich dann beim nächsten Mal machen, kann ich das reinhauen, dann kann ich das reinhauen, das wandelt sich nicht um, wenn ich mich traue, kann ich auch das reinhauen, aber das wird dann ein anderes Item und das könnte ich auch, wird auch ein anderes Item, aber alles fürs Mana, ich meine, ist jetzt, ich bin schon auf Aura 15, das bringt jetzt nicht mehr so viel, dann ein Level ab, mehr oder weniger sind die Items eben ein Level stärker oder schwächer, aber trotzdem, das ist mir nur so eingefallen, so kann man das hier machen. So, schauen wir uns die nächsten Gegner an, der ausgestachelte Löwe, Ist das nicht König der Löwe oder was, von wo soll der sein? Der hat hier einen Dorn drin, das müsste eigentlich, denke ich mal, König der Löwe sein, wieder ein Stärkegegner, zwei Level höher, kann wieder was werden, kann wieder was werden, boah, das war eine krasse Vorlage von denen, aber eine schlechte von den anderen, hier habe ich eigentlich jetzt gar nicht so viel vor, auf S14 hauptsächlich auf S20 und auf S17 mit meinem Krieger habe ich auch endlich Waffen für die Begleiter gesucht, habe mir sogar im Laden welche gekauft und die dann umwandeln lassen, dass ich da auch im Turm ein bisschen was machen kann, weil ich war schon sehr enttäuscht, dass ich da kaum was gerissen habe, das dauert anscheinend, man kann zwar schon dann mit so 150 in den Turm hinein, wenn man den letzten Dungeon Gegner von Dungeon 9 schafft, aber so wirklich was reißen wird man da eher nicht und da war ich eben ein bisschen enttäuscht, weil die ganzen Skillpunkte und so fehlen von den High-Level Charakteren wie meinem Magier hier, na komm schon, das Überspringen ist übrigens, das bringt schon was, anstatt auf Nächste zu klicken, weil wenn man einmal überspringt, geht es weiter und dann zum letzten, oh, also man spart sich, Moment, man spart sich 1, 2 und hier muss ich 1, 2, 3, 4, man spart sich 2 Klicks, ja, also es geht schon schneller mit Überspringen, das ist so wie beim Raids oder Gildenkampf, wenn man einmal auf Überspringen klickt, geht es zum eigenen Charakter und dann nochmal Überspringen geht es zum allerletzten, das heißt, das finde ich eigentlich cool, das ist gut gemacht, dass man sich immer selber sehen kann, aber hier bei dem eben springt es immer zum, hier springt es jetzt immer gleich zum Magier, ja, immer zum Magier, einen vor mir, ja, so ist das halt hier, ja, und dann so viel und jetzt Achtung, ich glaube, das ist ein aller Attribute-Epic, ja, oh mein Gott, 347, das könnte ich sogar ausrüsten und genau das habe ich gemeint, dann habe ich zwar 6 Intelligenz weniger, 6 Ausdauer weniger und 6 Glück weniger, ergibt insgesamt 18 weniger, aber ich habe dafür 347 Stärke und 347 Geschick mehr, das heißt viel mehr Verteidigung und dann könnte ich dieses Item, Moment mal, das kann ich machen, dieses Item dann dem ausrüsten, dann ist der viel stärker, ich glaube, das lasse ich an, also das bringt auf jeden Fall für die Gildenkämpfe was und für die Arena und für den Dungeon sowieso jetzt, wenn der nächste ein Stärkegegner ist, nur gegen Intelligenzgegner nicht so viel, aber das ist geil, da freue ich mich echt drüber, also ich könnte hier gerne alles hier, alle Attribute-Schmuck haben, ich schaue jetzt nochmal kurz hier in der Rangliste, ob ich jemanden finde, der hat nichts, alle Attribute, der hat auch nichts, ebenfalls nichts, komm schon, irgendwer muss doch da Glück gehabt haben, hier, nein, das vielleicht, nein, wo, wo, hier, ich glaube, ich glaube, nein, auch nicht, das ist ja ein Wahnsinn, haben die alle so viel Pech? Irgendwo habe ich jemanden schon gefunden, der hatte eben krasse, alle Attribute, Epics hier, die nur aus dem Turm sein können, sonst anders kann ich mir das nicht vorstellen, die sind übrigens hier so einige schon bei den 80er-Türmen, ja, finde ich jetzt spontan nicht, aber jedenfalls, geiler Schmuck, ich habe es hier bei mir, ich bin das beste Beispiel dafür, jawohl, und jetzt bitte mal eine Waffe wieder für die Begleiter, Ariel, die Meerjungfrau, jetzt wird es schon langsam knifflig, knifflig, muss ich das weghauen, denn die zwei Intelligenzwaffen hebe ich mir auf, ich hoffe, das ist jetzt ein Intelligenzgegner, ah, Geschick, schade, weil dann hätten endlich mal meine Intelligenzwaffen da einen Sinn, weil ich mir die extra aufgehoben habe, zum Umrüsten für sowohl meinen Magier und für sowohl mich, das, oh, Geschick, geschick war immer der Gegner, wo es dann zu Ende war, das war auch die Popohontas und, ja, Dingenskirchen, da wird es zu Ende sein, aber die ist viel zu leicht betucht hier, Walt Disney ist Meisterwerk, das ist nicht so hier so tief, na gut, ich mache mal kurz Pause vielleicht hier, soll ich Pause machen, Geschick, vielleicht, ui, vielleicht skill ich Geschick oder jetzt mit diesem geilen Epic hier, jetzt mit dem geilen Epic, Achtung, probiere ich den hier, ich stecke da jetzt so 20 Versuche rein, weil jetzt habe ich, naja, doch gut, 170, 170 Verteidigung gegen Stärke mehr in etwa, also er hat 170 Stärke weniger, ist, jo, immerhin etwas und da hatte ich ja schon gute Glücksversuche, das heißt, vielleicht wäre das mit dem Epic, wenn ich das vorher schon gehabt hätte, wäre das was gewesen, noch dazu, ich glaube, ich habe zwei Level-Ups, mehr als bei den letzten Versuchen und ein paar Skill-Punkte, die machen jetzt das Kraut nicht fett, aber, uh, aber jedes bisschen zählt, jedes bisschen zählt gegen den, obwohl jetzt mit dem Turm bin ich gar nicht mehr so krass dahinter, da will ich erstmal den Turm irgendwie legen, bevor ich mich hier gegen die Gegner wage, aber auch das ist natürlich nicht so schlecht, ich hoffe einfach auf das nächste Epic Event, da werde ich dann, uh, da werde ich auch meinen eigenen Magier ordentlich ausstatten können und das Geile ist ja, dann wandle ich die ganzen Epics um, boah, das ist wieder ein teures Epic Event, Leider ist diese Grenze mit den, mit der Milliarde Gold noch immer nicht da, es ist erst die Vorbereitung da praktisch, dass die Silber gerundet werden, ich habe zwar jetzt noch immer Silber, aber bekomme dann praktisch keine neuen mehr, ich brauche eine Milliarde, sonst kann ich beim Epic Event nicht ordentlich blättern, das geht sonst einfach nicht und dann, ja, müsste ich immer auf Gold-Quests spielen, einzige Möglichkeit wäre, wie ich das dann auch direkt im Video unterbringen könnte mit Happy Hour von 23 bis 24 Uhr die Quests überspringen und dann auf Gold-Quests spielen, so könnte ich's, oh, Mama mia, das wäre ja jetzt, das wäre nicht mal 5% mehr, so könnte ich's mir vorstellen, das wäre, glaube ich, die einzige Option, die ich habe, aber dann muss ich bis Mitternacht warten und ich will immer ganz am Anfang gleich blättern, das halte ich sonst nicht aus, ja, okay, aber man hat schon gesehen, so dünn ist das Eis nur noch und dann bricht es und dann geht der down, so, jetzt schaue ich auf 20, da bin ich nämlich gespannt, wie weit ich hier komme, da habe ich auch den Krieger wieder gemaxst, die Kundigunde gemaxst und der ist auch schon fast gemaxst, aber die Millionen, da hebe ich mir jetzt noch kurz auf, so, bei der haperte es bei meinem Magier auch gleich ganz am Anfang und jetzt geht er, First Try, wow, kommen schon wieder alle Attribute Krieger, jetzt geht auch zu Hause mit dem hier und vor allem, das ist schlecht, da habe ich schon ein Stärke-Item und das Stärke-Item behalte ich mir und ich skille nochmal den Magier, dass ich nicht wieder auf die 10 Millionen komme, komm, ich skille gleich hier ein bisschen mehr, so, dann die kennen wir auch, Stärke-Gegner, das sollte jetzt alles, null Problemo, jawohl, wenigstens ein Dreier-Epic gibt's hier, hallo? Hallo, was ist mit dir? Wie fest muss ich deinen Button klicken? Push the button, push, push the button, ja, das kann ich nehmen, das geht gerade noch so, das heißt, das hier wandle ich mal um, vielleicht kommt ja irgendwas Nettes dabei raus, geschickt, bricht dem Gegner das Kinnig, geschickt, zu schlecht, kommt weg, herrschpecht, und wen haben wir das Nächstes, oh, das Ei, das Ei zerbricht, das zerbricht, was, du zerbrichst nicht mal, du bist so ein hartgekochtes Ei, boah, meine Kundschaft darin braucht noch was, aber da wollte ich mir jetzt nicht extra teurer hier was im Laden kaufen, sondern hab gehofft, boah, bist du des Wahnsinns, den halben Rüstungswert nur, na, das kann ich nicht machen, tut mir leid, dafür ist mir die Rüstung vom Krieger zu wichtig, humtidum, didoddlidum, 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 wow, jawohl, es läuft ja, alle Attribute, alle Attribute, das ist für den Magier, für den Magier, für den Magier, so, jetzt bin ich fast wieder auf 10 Millionen, das heißt, komm, ich mach dich jetzt ganz, ich mach dich aufs Max, aufs Maxi, nein, drei Level fehlen noch, Sandmann, lieber Sandmann, es ist noch nicht so weit, doch, es ist wirklich so weit schon fast, weil ich ja jetzt am Abend bin und die Stadt wache und, oh mein Gott, Sandmann, ja, so fängt dein Tag gut an, da werde ich muntern und schafft den, den Gegner, jahui, und eine geile Verbesserung, wenigstens auch gute Rüstung, na eben, jetzt sollen ja eigentlich nur mehr bessere Rüstungswerte hier kommen, nach diesem Update, da hatte ich Pech, so, Stärke, Geschick, Intelligenz ist das, Intelligenz und geschafft, hey, das war nicht selbstverständlich als Kundschafter, heißt das nix, Stärke, aus Dauer, Glück und meine Epics sind zurück, der Krieger ist jetzt Full-Epic, oh, nein, Helm fehlt noch, aber da hatte ich nur diesen kommission, alle drei Brute, Schrott, Strowman, na komm schon, das war ein Prozent, na komm, aber der Krieger macht hier meistens, das ist so krass einfach, ich sag's wirklich nochmal, alles auf den Krieger pushen, der lohnt einfach so viel, weil der so viel Stärke hat, dadurch, dass sie ihm keinen Schild gegeben haben, wird die Stärke so hoch gerechnet, das ist einfach, der Krieger lohnt am allerallermeisten, dann der Kundi würde ich sagen und dann der Magier, je nachdem welche Klasse man spielt, aber im Allgemeinen der Krieger ist einfach, der Krieger ist der Krieger, das ist der Krieger, der ist einfach zu krass, jetzt, selbst wenn er einen schlechten Tag hat, wird das was, juhui, ich muss auch sagen, da finde ich's cool, dass der Krieger so viele Items hier bekommt, ja, das hat auch weniger Rüstung, aber das geht gerade noch, so, jetzt aber, und Achtung, bam, 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 was, ja, Max Level, wow, alle drei am Max Level, hätte ich das hier auch geschafft, Kundschaft, das sollte ich ausrüsten, komm, wenn ich den jetzt schaffe und da kommt nichts für den Kundi, dann blätter ich im Laden für ihn zwei Geschick-Items, aber Waffen bräuchte ich, auf S20 gibt's ja keine Waffen, wirklich, wer Waffen findet im Turm, der kann sich freuen, die Waffen sind einfach das, das A und O, Waffen und alle Attribute Schmuck im Turm ist das geilste, alle Attribute Schmuck für einen selber und Waffen für die Begleitis, für das Team, komm, bitte, was ist denn das eigentlich, ein Geschick-Gegner, da müsste ich ja im Vorteil sein, oh, Geschick, aber da bräuchte ich jetzt, Moment, was fehlt dir, Kunigundes, sag doch mehr, dir fehlen Handschuhe und ein Hut, da habe ich ja schon mal geblättert, aber nichts gefunden, Ausdauer, Handschuhe und ein Hut, Handschuhe und ein Hut, Geschick-Stärke, 10 Pilze würde ich nie im Leben kaufen, Handschuhe und Hut, Handschuhe und Hut, dann geht's mir gut, dann geht's mir gut, Geschick-Handschuhe, jawohl, wer sagt es denn, wer sagt es denn, und auch noch ein Hut, dann bin ich zufrieden, Intelligenzhut, nein, Geschick-Hut, geil, da habe ich jetzt aber wirklich Glück gehabt, normal findet man das nicht so, Flotti-Karotti-of-de-Motti, so, nochmal gegen den Hofnarr, wenn ich's jetzt schaffe, oh, dann hätte das ordentlich was, hallo, schau mal, wie viel Geschick die hat, mein Lieber, das müsste ich locker schaffen, die müsste dich wegfegen, da müsste ich so oft ausweichen, dass du nicht mal der Wimper zucken kannst, ja, endlich, Superman, der größte Held in meiner Welt, so, das habe ich auch jetzt auf allen Servern irgendwie gefunden, aber immerhin etwas, das ist auch eine Verbesserung, oh, doppelte Rüstung fast, so, was mache ich jetzt mit dem Gold, jetzt skille ich mein Geschick, genau das krasse, hier habe ich auch endlich den goldenen Orden jetzt bekommen, am Wochenende war's, ab 10.000 Abenteuern hat man diesen voll, einer, der mir noch auf allen Servern fehlt, ist der hier, da bin ich hier recht weit unten, auf S14 habe ich hier fast 5.000, aber dann fehlen mir nochmal 5.000 auf den höchsten Grad, da habe ich erst Halbzeit, aber bei mir ist das mit der Stadtwache so, ich brauche immer so lang für die Abenteuerlust, also den ganzen Tag, weil ich ja dazwischen immer Videos mache, dann schreibe ich mal Texte, dann mache ich mal was in Photoshop und dann bearbeite ich die Videos und da zieht sich so ein Abenteuerlust bei mir über den ganzen Tag hin und da kann ich nicht zwischendurch schon Abenteuerlust machen, da gehen sich eben nur 10 Stunden pro Tag aus, wo ein anderer zum Beispiel, wenn jemand Happy Hour spielt, der schafft ja rein theoretisch 23 Stunden Abenteuer, äh, Stadtwache pro Tag und das ist schon krassomat, ja, geschafft, ja, wenn ich mich nicht um die Gegner da interessiere, nicht um sie kümmere, dann gehen sie locker flockig runter vom Hocker und schon wieder was für den Krieger, ja, oh, wieder, oh, wieder was besseres, naja, halbe Rüstung wieder nur, sogar weniger als die halbe Rüstung, jetzt bin ich enttäuscht, jetzt dachte ich wirklich schon irgendwie, das sind echt nur noch so ganz krasse Rüstwerte, aber dass es dann doch so Unterschiede gibt, ja, 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 und endlich kriegt der Magier auch mal was ab, der, der, der war schon ganz traurig, der hätte schon geglaubt, irgendwie das Christkind gibt's gar nicht, aber es gibt sie wirklich, es gibt sie wirklich, 47 bin ich schon, ich hätte geglaubt, da ist jetzt aber früher Ende im Gelände, aber da sieht man, was es ausmacht, wenn man seine Begleiter alle schön füttert, wie ein Tamagotchi und die alle nach oben skillt, wie der wilde, aber ich glaub, bei dem ist jetzt Schluss, Geschick, wieder so ein Geschickgegner, ja, bei dem bräuchte ich entweder viele Versuche oder noch zwei Level-Ups, ich hab jetzt auch gesehen, es wird jetzt noch ziemlich lang für die nächste Level-Bremse dauern, ich werde jetzt auch die nächsten Dungeon-Gegner einfach ganz normal versuchen, ich glaub, das mach ich jetzt einfach, so, nächster Dungeon-Gegner hier, die Zauberfee, und zwar gebe ich da jetzt noch mein ganzes Gold auf Intelligenz, das kann man hier auch machen, das sollte ich eigentlich noch recht ein bisschen noch pushen als Kundschaft da eigentlich, eben gegen, hoppala, vor allem für solche Fälle, oh, kann ich mir jetzt nicht den, oh, hallo, 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 ist das jetzt, hab ich den grad nach dem zweiten Versuch geschafft jetzt, ist das jetzt ein Scherz, oder, und dann bekomm ich alle Attribute, aber, 191 Millionen, Level-Up und schon bei der Hälfte wieder, ich bin grad, das sind so Momente, da denkt man sich einfach, what, der war 99 Level höher und den schaffe ich so schnell, ein Intelligenz-Gegner, Mama Mia, da muss ich mal schlucken, das überfordert mich jetzt gerade ein wenig, das ist hier einfach nur zu krass, das ist zu krass, einfach nur, oh, Moment mal, Moment mal, Momento, wäre das vielleicht sogar was für mich, oh, ich weiß nicht, 800 mehr Rüstung, aber dann wäre ich gegen Kundis noch schlechter irgendwie, weil alle Kundschaften in der Ehrenhalle irgendwie tragen Geschick-Items, da 7288 Geschick, da kann ich mit 6500 wegen meinen Epics nicht mithalten, ich glaube, ich lass das aber, hilft auch für die Raids, weil es sind noch viele Krieger und, ah, mag ja gar nicht so viele, aber Krieger dabei, krass, das schaffe ich den einfach so, 122 Dungeon-Etagen, das freut mich jetzt schon, irrsinnig, ich bin ziemlich perplex gerade, nächster Gegner, Stärkegegner, oh, das wird ein pilziger Kampf, so kann ich's mal nennen, das wird pilziger als eine Pilz-Creme-Suppe mit Champignons, das wird sehr pilzig hier, den könnte ich auch jetzt schon schaffen, aber wie gesagt, sehr pilzig, da muss ich noch dann Stärke ein bisschen pushen und danach wird der aber auch fallen, da bin ich ja schon recht weit, also hallo, was will man mehr, was will man mehr, krass, ich glaube, ah, genau, jetzt kann ich ja dann dies killen, jetzt habe ich leider kein Gold, aber von denen jeder ein Level-Up, dann bringt das auch wieder hier mehr, ja, finde ich gerade geil, finde ich gerade, uh, finde ich gerade extrem geil, und da freue ich mich jetzt schon, ich bin sprachlos, okay, dann zum Abschluss noch, Servus, 17, oh, yeah, uh, Spiegelteil, und Achtung, Achtung, ich wollte es mal einfach aufheben, weil dieses Geräusch ist irgendwie seltsam, ja, Tränke habe ich jetzt keine, auch kein, äh, Dingens, da, aber ich habe die ein bisschen ausgestattet, sie hat jetzt einen Bogen, und dann habe ich Stärke-Schuhe gefunden, deshalb habe ich die jetzt hier, und habe mir gedacht, hier jetzt, komm, die, die schmeiße ich ins Klo und wandle die dann um, wohl die waren schon, die, die sind aus dem Klo, ich glaube, die, doch, die gehen, so, alle Tribute-Kundi-Schuhe, na gut, immerhin etwas, ah, nicht gerade das Beste, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich die schaffe, ohne Tränke, aber ich will mir die Pilze hier für die 300 Abenteuerlust immer aufheben, und ich hatte leider nicht das Glück, dass irgendwelche anständigen Tränke kamen, so, jetzt muss die Kunigunde was machen, ansonsten kann ich einpacken, jawoll, so, jetzt ist er schaffbar, aber man merkt wirklich, wenn man sich da nicht so gut drum kümmert, auf den niedrigen Leveln, geht im Turm leider nicht so viel, oh, Mann, da bin ich negativ überrascht, na, okay, dann muss ich, na, ich muss noch ein bisschen mich zurückziehen in meine Kommandozentrale und hier noch skillen und mir Tränke holen, obwohl, da machen die Tränke im Raid, im Einzel-Raid, im Turm-Raid nicht so viel aus, ha, ha, je, dass niemand weiß, dass ich mit dem Krieger nicht so gut bin, aber ich level den, ich level den, ich level den, immer 300 Abenteuerlust, hab auch heute 300 Abenteuerlust gemacht, hab jetzt immer den Greifen, weil ich mir neue Pilze geholt hab, ich sag's immer wieder, seine Zeit wird irgendwann kommen, aber ich will auf jeden Fall auch einen Krieger, Krieger haben, aber am wichtigsten ist mir natürlich Magier und auch der Kundi, auch wegen der geilen Gilde und so krasse Raids und jeder hat die Tränke drin und so aktiv einfach, macht einfach irrsinnig viel Spaß, also ich ist schon mal nicht so schlecht für das, dass ich die Begleiter nicht so gepusht habe, 44, ja, jo, 34, also ich bin da schon recht gut dabei, 40, das macht jetzt wegen ein paar Etagen nicht so viel aus, man sollte nur ein bisschen so den Anschluss haben, 44, ja, es ist so, wird so der Durchschnitt sein, was ich momentan hab, vom Level her 44, sogar ein bisschen drüber, vielleicht haben die Begleiter nicht so geskillt, 24, oh, 27, da musst du ein bisschen vielleicht noch aufhellen, 40, 39, ja, das passt schon so, also kann ich auf jeden Fall zufrieden sein, das hat mich gefreut, das war sehr nett, 95 Tage hab ich noch den Greifen, das war ja ganz am Anfang zum Serverstart, wegen dem Sammelalbum so, hab ich öfter den Greifengrafen geleast, wegen der Umweltprämie auch, aber ich hab's in Grenzen gehalten, weil ich einfach wusste, ich werd so lange aktiv spielen, deshalb spare ich jetzt die Pilze alle 14 Tage, jawohl, also jetzt freu ich mich irrsinnig auch über den Dungeon und das nächste, was ich angehen werde, ist hier, der nächste Dungeongegner, der Komma-Kommandeur, Kommandant, der Komma-Kommandant, der Komma-Kommandeur, der wird der nächste sein, da pushe ich jetzt noch die Stärke ein wenig, das Item hilft mir wahrscheinlich, ich brauch nur noch einen glücklichen Versuch, jawohl, das wird anstehen, wuhu, wai! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.